Hallo, mein Name ist Florian Fritz. Ich bin Gründer der Millionär Mind Money School, einer Online-Geldschule. Und durch das Coaching mit Nathalie sind meine Fähigkeiten, online etwas zu präsentieren, online etwas zu kaufen, extrem gestiegen. Und vor allem hat sie immer darauf geachtet, dass ich das auch umsetze, was ich mir vornehme. Weil vorher bin ich gerne mal daran gescheitert, dass ich viele große Pläne hatte und nur einen Bruchteil davon umgesetzt habe. Und während des Coachings habe ich dann auch tatsächlich mich bewegt, alles gemacht, was ich mir vorgenommen habe. Und deswegen ist es geschafft, mein neues Unternehmen, die Millionär Mind Money School, online zu bringen und erfolgreich zu starten.